Für uns Regisseure ist das Filmfest in Biberach immer wieder ein gutes Gratmaß, ob der Film ankommt oder nicht. Auf das Biberacher Publikum kann man sich einfach verlassen. Und die Fragerunde nach dem Film ist für mich und mein Team immer wieder ein Genuss. Allein dafür hat sich die harte Arbeit am Set gelohnt. Klingt doch schon überzeugend, oder? Jetzt muss ich nur noch meine Eltern überzeugen, dass ich wirklich Regisseur werden will. Viel Spaß beim Film! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.